Von der Firma Bartek ist es hier. Es gibt verschiedene Zündwellen in explosiver Atmosphäre für uns als Ventilatorenhersteller, sind vor allem die heißen Oberflächen ein Thema, dann die mechanisch erzeugte Funken, da gehe ich später aber nochmal drauf ein, wo die am Ventilator dann auftreten oder auftreten können und eben die elektrischen Anlagen, weil wir ja Elektromotoren in Instrumentierung auf unseren Maschinen auch drauf haben. So, dann was zeichnet den Zone 0 Ventilator aus? Habe ich vorhin schon erwähnt. Wir sind verpflichtet, am Eintritt und am Austritt Flammenfilter anzubringen. Das heißt, die Explosion, die durch diese eventuelle Explosion, die wir gerade gesehen haben, die da entstehen kann durch den Ventilator, die bleibt im Ventilatorgehäuse. Das heißt, die Explosion breitet sich nicht in Ihre Anlage aus. Das sieht man auch hier nochmal ganz klar. Wir haben hier einen Ausschnitt von einem PIN-ID, von einer nachverbrennungsanlage. Sie sehen hier nochmal den Scope für uns vom Ventilatorhersteller mit den Deflagrationssicherungen am Einlass und am Auslass. Und Sie sehen aber auch hier, dass der Betreiber noch zusätzliche Sicherungen einbringen muss. Die Idee ist einfach wie simpel. Die Flammenfront, die durch eine Explosion entsteht und durch das Gas jagt, wird jetzt in diesen Flammenfilter portioniert auf die einzelnen Spalte. Und in dem Spaltumgebenden Material wird die Flammenenergie diszipiert über die Spaltlänge. Und zwar so lange, bis sie erlischt. Der Flammenfilter soll als zwei Aufgaben, einmal soll er natürlich das Gas durchlässig erscheinen lassen mit möglichst geringen Verlusten. Ja, das ist immer die Krux dabei. Aber auf der anderen Seite soll sie natürlich sicher die Flammenfront aufhalten. Diesbezüglich.